Endstation Im Namen der Königin Königin Du bist verhaftet Ja, ich weiß Warte Äh, wups Das war irgendwie die falsche Ach komm Ach komm Wozu dich Ich komm ganz gut alleine aus Hohohohohohoho So Jetzt würde ich trotzdem werden wissen wer du bist Du warst also unser Befreier Eine Frau Jetzt wissen wir es wieder Alliot ist frauenfeindlich Ja, ja Und sowas nennt sich dann Held des Spiels Was hat dich zu dieser Einsetzung hinleisen lassen? Männliche Intuition Zwinker, Zwinker Danke übrigens, dass du mir geholfen hast Mein Aufklag Mein Aufklag lautet dich nicht Steppen zu lassen Mir liegt nichts an dir ansonsten In irgendeiner Weise zu helfen Ich arbeite lieber allein Das klingt ja toll Wir werden uns großartig verstehen Zwinker Solange du meine Mission nicht gefälltest Wirst du Bist mir das helzlich egal Wie heißt du überhaupt? Evian Neues Partymitglied Bin ich der Einzige der Bei RPGs das Wort Party anstatt Gruppe Seltsam findet Ich weiß es ist Normal aber Warum dieses Jump Event Warum dieses Jump Event Okay es reicht Na ok Framerate Bist du es? Hallo? Nun ja Ein Buch Ein Buch das ich nicht lesen kann Ich kann nicht lesen Nein ich werde jetzt Uh, coole Lichteffekte Ja Eine Kiste Intelligenztrank Das soll eine Bibliothek sein Da erinnert mich eher an eine Kirche An eine Kirche Sprich deutlich Dutrotel Ach ja So Sag ich doch Kirche Oh, mysteriöse Jetzt guckt euch genau Den mysteriösen Mann Die mysteriöse Frau Und den König Der König auch Beim König bin ich mir nicht sicher Auf jeden Fall die mysteriöse Frau Und die mysteriöse Mann Guckt euch die genau an Die sind Transparent Was zur Hölle Transparente Charaktere Was ist hier Ok In diesem Fall darf ich einen Spruch von TrueMG benutzen Was ist hier nur los? Achso Achso Ja Und auf den Und sind auf dem Weg dorthin Höhen Ach ja Ich habe ihn vermisst Alljotkentnerreißseel Ach ich spreche dir zu Alljotkentnerreißseel Rain Ich frage mich Ich frage mich Ob es klug war Im Leben zu lassen Aber noch ist er von Nutzen Schick den Magier Und mach ihm klar Dass er sich zurückhalten soll Ich brauche alljot lebendig Hahahaha Achja Wie laufen unsere anderen Vorbereitungen Sind die Schiffe bereit? Ja Sehr gut Achso Hat der mysteriöse Mann nicht mehr gesagt Ich mag den Mysteriösen Mann Wie das Fertigkeitenmenü ist es nun auch möglich Errrains Fertigkeiten zu verbessern Habe ich ja noch nie gewusst Wie sowas geht Oh nein Ist dieses Spiel hyperintelligent klug So Geht auf jeden Fall Geschwindigkeit Und Angriff Geht zum Blitzzauber Geschwindigkeit Nein keine Abwehr Intelligenz MPHP Ein bisschen MP kann ich schaden HP plus 10 Ja Das mach ich erstmal den hier Beliebe Oh Oh ja Danke HP MP Geschwindigkeit Ich kann mich hier Schlecht 15 HP sind halt Nicht sind halt nicht schlecht Das machen wir 15 HP Moment Hat Ja Ne Ne Allgut Zug Zug abend Viertelbrücke Ja Wie sieht unsere Gesundheit aus? Hallo Hallo lieber Mann Bücher die ich nicht lesen kann Durchgänge durch die ich nicht durch kann Karzen Juhu Okay Nein ich werde nicht kämpfen Okay Okay Was zur Hölle ist hier los? 8 Heiltränke Oder 6 wie gesagt das mit den Zahlen hier ist ominös Oh Gott Hallo Also mal im Ernst Mal im Ernst Was So Ja Hallo Oh Nö Na komm Wir sind ja nicht so Schdem Zwiebeln Weisen Schlecht Also ist den Schlecht damit Vf Hörer also Ja was haben wir denn was zur hölle höh ich kann verschwinden das hat fast zur hölle ja 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 ach komm stirb da sind sie wer hier doch nicht ich ich meine ich bin ja jod habt ihr noch nicht von mir gehört nein komm doch Was war das für ein Selbstmordattentat? Okay. Hallo, ihr an der Fuhren. Sei doch mein Freund. Danke. Und sie wirft ihr Schwert einfach so hoch, weil... Ja, höhere Stufe. Acht ist definitiv mehr als sieben. Großer Heilthonke, Heiz einen Kämpfer. Heiz einen Kämpfer, ja toll. Großen Heilthonke würde ich mir gar nicht ausschauen. Weil das bei auch nicht wirklich nötig ist. Okay. Ich verstehe nicht ganz. Wie komme ich da hin? Wie kann ich mein Buch aus dem Geld des Wissensbuch? Ich weiß noch nicht genug über die Welt. Ich muss noch Meter lesen, ich brauche es jetzt sofort hart und ähm, 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 Entschuldigung. Du schaffst echt verzweifelt zu sein. Äh, äh, das hat er gesagt. Mein Buch, blablabla, ja, blablabla, ich brauche es jetzt, ha, 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 alles, äh, ja, mein Buch ist nur ein Geldeswissensbuch, ich weiß noch nicht alles, bla, 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 ich brauche es halt von Sputze. Transparente Kiste, hallo. Ja. Was zur Hölle machst du, da braucht der Leiter. Was zur Hölle, warum hast du keinen Schaden? Warum mache ich so viel Schaden? Warum zieht er so viel ab? Und warum stirbt er noch nicht so viel, ich glaube, das Blaue sind irgendwie Offiziere. Wenn es anders, in dieser Zelle. Ja, danke. Hemomo, Moment. Es gab links oben gestorben und immer gerade auf den Leiter und zu. Oh, mein armer Kopf. Magieträger. Was zu hören? Magieträger. 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 Und sie haben viele verengestellt. Und jetzt? Was soll ich damit anfangen? Ja, ja, mach. Ach, komm. Ja. Seit wann gibt es Maschinengewehre? Ich meine, wir dürften uns ca. 19 bis 100 betrachten. Warum immer auf IGN? Ja, nächste Aktion wird sehr stark. Das hilft mir jetzt ungemein. So, danke. So, danke. Ich hätte gerne gewusst. Zelt. Zelt. Zelt 2. Nun gut, ich verschwinde noch einmal Halt. Okay. Ähm. Hierzu kommt ein Buch. Schreiben. Da geht es dir für die Bibliothek. Das möchte ich nicht. Goldenes Buch. Hallo. Ähm. Astur. Schieberätsel. Eins. Uh, ein Zelt. Uh, ein Schild. Die Kisten lassen sich doch drücken, während der Taste verschieben. Nein, doch drücken die Leertaste. Versuche mit Hilfe der Kisten, die Bücherwegale zu erklimmen. Ich kann auch außen vorbei, aber dann nicht weiter. Okay, what the fuck. Probieren wir mal so, ne? Und so. Und wollen jetzt erstmal speichern. Obwohl, geht das jetzt? Ah, okay. Geht. Speichern. Zug. Jetzt bitte ich mal so. Und so. Und so. Ah, okay. Ich verstehe. Ich habe verstanden. Hier, und dann so. Und dann so. Und du dann hier. Haha. Und jetzt? Doch drüber. Doch, hinüber. So, passt zu. Ich drücke wie Bär. Wie Bär hämmert auf. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle?